Schwarz-Weiß Kapitel 4 Erklären Sie das mal Black Keiner, nicht einmal der Kobold, wagte diese Aufforderung nicht Folge zu leisten, mal abgesehen von dem Befehlston der Krankenschwester wollte ohnehin jeder wissen, wie der Stand der Dinge war. Nach über fünf Stunden Wartezeit lagen die Nerven der drei Wartenden blank. Die ganze Zeit über hatte eine gespannte Stille geherrscht, in der jeder seinen eigenen Gedanken nachhing, wobei man, vor allem Grippock, die Missbilligung gegenüber den Menschen geradezu aus dem Gesicht gesprungen war. Irgendwann hatte Dumbledore bei den Hauselfen Essen und später Tee bestellt, ansonsten taten die drei allerdings nichts. McGonagall weigerte sich sogar, zur Toilette zu gehen, aus Angst, irgendetwas zu verpassen. Nun saßen alle fünf in dem überrascht großen Büro der Medihexe. Diese bestellte bei den Hauselfen erst einmal Tee und für sich und Snape noch zusätzlich zwei Flaschen Wasser und belegte Brote. Auch wenn beide nicht nach Essen zumute war, sie mussten bei Kräften bleiben. Es nützte nichts, wenn sie beide auch noch vor Erschöpfung umfielen, der Junge brauchte sie schließlich. Nach einer kleinen Stärkung und nachdem sie fast die ganze Wasserflasche leer getrunken hatte, sah sie die Anwesenden der Reihe nach an. Ihr Blick blieb an dem Kobold hängen. Bevor ich anfange, hier Köpfe abzureißen – ein giftiger Blick ging zu Dumbledore und McGonagall – möchte ich wissen, warum sie hier sind. Verstehen Sie mich nicht falsch, aber ich habe noch nie einen Kobold außerhalb von Gringotts gesehen, schon gar nicht in Hogwarts. In welcher Beziehung stehen sie zu dem Jungen? Da die Medihexe nicht den Anschein von Feindseligkeit erweckte, sondern nur interessiert schien, sah Gripok auch kein Grund, ihr die Wahrheit vorzuhalten. Mr. Potter ist nicht nur einer unserer Kunden, sondern auch seit Jahren ein guter Freund von allen dort angestellten Kobolden. Und ganz besonders meiner. Ich habe ihn heute um ein Treffen gebeten, das ich aus Diskretionsgründen nicht in unserer Filiale abhalten wollte. Deswegen bat ich ihn um diesen Ort. Um was es in dem Gespräch ging, kann ihn Mr. Potter, wenn er das denn will, selbst sagen. Auf diese Aussage hin wurde der Kobold von vier erstaunten Gesichtern angesehen. Nicht, weil er sich geweigert hatte, nähere Auskünfte über den Inhalt des Treffens zu geben, denn schließlich waren diese Geschöpfe für ihre Verschwiegenheit bekannt. Nein, das, was alle überraschte, war die Freundschaft, die anscheinend zwischen Harry und den Kobolden herrschte. Immerhin sagte man diesen Wesen eine ziemliche Abneigung Menschen gegenüber nach. Jetzt erinnerten sich die drei Lehrer auch wieder an das Wissen, das der Junge im Büro des Direktors zum Besten gegeben hatte. Im ersten Moment dachten alle, dass er wohl in einem Buch über Kobolde deren Geschichte erfahren hatte. Anscheinend hatte er seine Information direkt von der Quelle. Dumbledore und den anderen wurde so langsam klar, wie wenig sie doch über ihren Schüler wussten. Gut, bei Snape war das verständlich. Immerhin war es kein Geheimnis, dass er den Jungen nicht ausstehen konnte und ihm das Leben so schwer wie möglich machte. Aber McGonagall war seine Hauslehrerin und den Direktor dessen Vormund. Da sollte man eigentlich doch eine gewisse Kenntnis voraussetzen. Na gut, offenbar nicht. Merlin, jeder Quizmaster weiß mehr über seine Kandidaten als wir über diesen Jungen. Es tat zwar weh, aber mit dieser trockenen Bemerkung traf Snape den Nagel auf den Kopf. Allerdings riss Poppy sie mit ihrer nächsten Frage aus dieser trüben Gedankensuppe. Wie zum Henker konnten sie den Jungen in seinem Zustand auch noch mit irgendwelchen Geschäften behelligen? Mir ist zwar aus langjähriger Erfahrung bewusst, dass Harry alles tut, um seine Blessuren runterzuspielen, aber ich hätte mir nicht träumen lassen, dass ihr ihn dabei auch noch unterstützt. Wieder folgte ein schadver Blick auf die Anwesenden, wobei diesmal auch der Kobold nicht ausgenommen wurde. Poppy, als wir mit dem Gespräch begonnen haben, sah Harry noch normal aus. Er hätte uns seine Verletzung auch sicherlich weiterhin vorenthalten, wenn er nicht durch das, was er heute erfahren hatte, zu gezwungen gewesen wäre es uns zu zeigen. Severus musste ihm einen Blankotrank geben, damit wir überhaupt sehen konnten, wie schlimm es um den Jungen stand. Nach diesem Aufbegehren seitens Minerva wurde der Gesichtsausdruck der Medihexe deutlich milder. Gut, da der Junge sich dazu entschlossen hat, euch allen seinen Zustand zu zeigen, bin ich auch der Meinung, dass ihr die restlichen Ergebnisse erfahren könnt. Ich muss euch allerdings vorwarnen, solche Verletzungen sind mir seit dem Krieg nicht mehr untergekommen. Mit diesen Worten nahen die Krankenschwester die beschriebenen Pergamentseiten und begann fortzulesen. Nun gut, fangen wir an. Zahlreiche Hämatome und Kratzer im gesamten Gesicht, am Hinterkopf und im Nacken. Eine Narbe quer über das Gesicht, mindestens zwei Jahre alt. Verminderte Sehschärfe durch falsche Brille und Gewalteinwirkung noch verschlimmert. Übermüdung und Schlafmangel. Größe 1,40 Meter, Gewicht 38 Kilo. Vitamin-D-Mangel durch langjährigen Aufenthalt in der Dunkelheit. Geschwächtes Immunsystem durch unzureichende Ernährung. Zwei gebrochene und drei angeknackste Rippen, wobei eine die Lunge angeritzt hat. Diese Verletzungen scheint der Junge allerdings selbst geheilt zu haben. Unzählige Schnitte, Kratzer und Hämatome auf Oberkörper, Arme und Beinen. An den gleichen, auch tiefen Narben, die teilweise schon über zehn Jahre alt sind. Mehrfach gebrochene und wieder teils schlecht verheilte Knochenbrüche, beginnendes Nierenversagen, spröde Knochen, teils vernarbte innere Organe. Drei lange Narben quer über die linke Taille, die aussehend wie von Krallen verursacht. Einige Stellen an Rücken sehen aus, als wären kleine Gewebeteile herausgerissen worden. Vernarbte Verbrennung an den Beinen und rechter Schulter, fünf gebrochene Finger. Verätzte Lunge verursacht durch jahrelange Einatmen schädlicher Dämpfe, vermutlich Putzmittel. Vernarbte Hundebisse am linken Oberarm und den rechten Unterschenkel. Sehr viele dieser Verletzungen scheinen durch Magie und Zaubertränke bereits mehrfach geheilt worden zu sein. Er muss ein ausgezeichneter Tränkebrauer sein, denn einige dieser Heiltränke, die er verabreicht hat, haben Meisterlevel. Um euch gleich zu beruhigen, Severus und mir ist es gelungen, seinen Zustand so weit zu verbessern, dass er die Krankenstation wohl in zwei Tagen wieder verlassen kann. Allerdings muss er dringend mehr Gewicht auf die Waage bringen und er wird auch noch einige Zeit Tränke schlucken müssen, um Langzeitschäden fortzubeugen. Severus, dir gebe ich nachher eine Liste mit den benötigten Tränken. Was die Narben betrifft, so können wir nur neuen vorbeugen und einige ältere heilen. Die tiefsten am Rücken und der linken Seite werden allerdings bleiben. Nach dieser doch sehr langen Rede herrschte erst einmal betretenes Schweigen, das nur von Minervas Schniefen unterbrochen wurde. Selbst Snape, der ja bei der Behandlung dabei war, kannte bis eben den genauen Gesundheitszustand des Jungen nicht. Immerhin hatte er sich hauptsächlich um die äußeren Verletzungen und die Einnahme der Tränke gekümmert. Gripok standen seine spitzen Ohren vor Empörung noch weiter vom Kopf ab als ohnehin schon. Sein Unverständnis mit den Menschen wuchs an diesem Tag in bisher ungeahnte Höhen. Dumbledore fiel es sichtlich schwer, seine Fassung zu wahren, als er sich ein Poppy wandte. Du sagtest, einige der Knochenbrüche liegen mehr als zehn Jahre zurück. Wie lang genau? Gibt es noch weitere Verletzungen, die so alt sind? Tch, Elvis, fast die Hälfte der Knochenbrüche bekam er schon vor seinem achten Lebensjahr. Die Lunge ist wohl im Laufe der Zeit immer stärker angegriffen worden, die Verbrennung dürfte er sich bereits im Alter von drei Jahren zugezogen haben und richtig ernährt wurde er wohl das letzte Mal, als seine Eltern noch lebten. Im Raum schien es mit jedem neuen Wort von Poppy kälter zu werden, bis es plötzlich zur Explosion kam. Elvis, ich habe dir schon damals gesagt, dass du Harry nicht bei diesen Muggeln lassen sollst. Schau dir nur an, was sie mit ihm getan haben. Seine eigenen Verwandten, die ihn doch beschützen und lieben sollten. Bei den letzten Worten war McGonagall immer leiser geworden, bis sie in einem neuerlichen Weinen unterging. Der selbst nicht minder aufgewühlte Kobold strich der Verwandlungslehrerin beruhigend über den Rücken. Eine Geste, die unter normalen Umständen wohl ziemliches Aufsehen erregt hätte, im Moment allerdings nur Duncan angenommen wurde. Ich verstehe das nicht. Sie sagt noch immer, es würde dem Beng – Jungen bei seinen Verwandten gut gehen. Für mich hört es sich immer so an, als würde dieser auf Händen getragen. Dass sich Snape zu diesem Eingeständnis durchriegen konnte, bewies, wie erschüttert selbst er war. Der Direktor, der seit Beginn von Poppys Bericht um Jahre gealtert zu sein schien, nahm diese Vorwürfe widerspruchslos entgegen. Fragte er sich doch selbst, warum er sich nie persönlich von dem Wohlbefinden des Jungen überzeugt hatte. Nein, er dachte, dass die alte Mrs. Fletcher ihm sicher Bescheid geben würde, sollte etwas nicht stimmen. Severus hatte ihm mal vor Jahren vorgeworfen, dass es ein Fehler war, von allen Menschen nur Gutes anzunehmen, nur weil man sich selbst nicht vorstellen konnte, selbst absichtlich etwas Schlechtes zu tun. Damals hatte er diesen Einwand nur mit einem Lächeln abgetan und gemeint, Severus müsse mehr an die Menschen glauben. Wie falsch er doch mit diesen Worten lag. Ihr habt recht, ich habe einen großen Fehler begangen und mich zu sehr auf den Blutschutz verlassen. Ich dachte wirklich, Lillys Schwester wäre am besten geeignet, sich um Harry zu kümmern, weit weg von der Zauberwelt und ihrer Heldenverehrung. Aber scheinbar ist die Familie doch nicht alles. Mit einem wütenden Schnauben sprang Snape von seinem Sessel auf und tigerte wie ein wild gewordener Eichkater im Zimmer herum. Blutschutz und Familie. Elvis, ich habe Ihnen schon in der Vergangenheit des Öfteren gesagt, dass Familie keine Garantie für eine glückliche Kindheit ist. Aus welchem Grund sonst wurde nach dem Krieg denn das Vormundschaftsgesetz eingeführt? Doch nur um genau so etwas wie das hier. Er zeigte mit den Fingern auf die Akte Potter, in Zukunft zu verhindern. Wenn es nicht so traurig wäre, müsse man ja fast lachen. Das Gesetz hat bis jetzt immer funktioniert, nur bei ihrem Goldjungen hat es ganz augenscheinlich versagt. Eine ganze Zeit herrschte Stille im Raum, bis die Medihexe dies brach. Ich schlage vor, diese kleine Konferenz an dieser Stelle zu beenden. Heute können wir ohnehin nichts mehr tun. Der Schlaftrank, den Harry bekommen hat, wird bis morgen Vormittag. Ich muss bis dahin noch einige Dinge erledigen und möchte mich dann auch schlafen legen, um für morgen fit zu sein. Severus, hier ist die Liste mit den Tränken, die ich von dir für den Jungen noch brauche, und du müsstest auch noch einiges Nachbrauen, was durch die Behandlung heute aufgebraucht wurde. Nickend nahm der Tränkemeister die beiden Listen von Poppy entgegen. Zum Glück hatte er noch genügend von regulären Tränken auf Vorrat, so musste er nur die brauen, die für die Behandlung Potters nötig waren. Er hatte auch vor, sich sobald er in den Kerkern ankam, an die Arbeit zu machen. Gripock verabschiedete sich von den Menschen und sah, nachdem er die Erlaubnis der Krankenschwester erhalten hatte, noch einmal nach Harry. Mit dem Versprechen, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um seinem Freund zu helfen, und nachdem er ihr noch einmal sanft über den Kopf gestreichelt hatte, machte er sich dann auf den Rückweg. Auch Dumbledore und McGonagall sahen noch mal nach ihrem Schüler, und erst da bemerkte der Direktor, dass Fawkes noch immer bei diesem war. Der Vogel hatte sich direkt links neben Harry zusammengekauert. Sein Kopf hatte er liebevoll auf der Schulter, die zum Glück heil war, abgelegt. Kurz sah der Phönix auf, als der Besuch kam, legte sich aber gleich wieder hin, schloss die Augen und schlief wieder ein. Wobei er selbst im Schlaf noch vor sich hinsang, was den Jungen ganz augenscheinlich zu beruhigen schien. Die ganze Szene ließ sowohl Dumbledore als auch die Verwandlungslehrerin lächeln. Nach kurzer Zeit gingen auch die beiden Professoren. »Albis, Severus hat recht. Sirius muss erfahren, was mit seinem Patenkind passiert ist, sowohl von seinem gesundheitlichen Zustand als auch was James' Pläne betrifft.« »Ich weiß, Minerva. Ich habe vor, es ihm und dem Orden heute zu erzählen.« »Du willst es dem Orden erzählen? Jetzt schon? Hältst du das für so eine gute Idee?« »Nein, aber leider haben wir keine andere Wahl. Uns rennt die Zeit davon. Bereits nächste Woche weiß die ganze Zauberwelt Bescheid, und Harry hat recht. Fudge wird dann alles versuchen, um die Vormundschaft an sich zu reißen. Das müssen wir um jeden Preis verhindern. Ich lasse den Jungen mit Sicherheit nicht noch einmal im Stich. Aus diesem Grund muss der Orden es erfahren, damit wir gemeinsam eine Lösung finden können. Ich möchte dich bitten, mich zu begleiten.« McGonagall brauchte nur kurz zu überlegen, dann nickte sie. Es ging hier schließlich um eines ihrer Löwenjungen, und auch wenn man es ihr nicht ansah, Minerva würde alles tun, um ihre Schüler zu beschützen. »In Ordnung. Gib mir nur eine halbe Stunde, um mich frisch zu machen. Dann können wir los.« »Gut, wir treffen uns in 45 Minuten in meinem Büro.« Damit trennten sie sich.